Oedipus und Creon Bald darauf drang der König Creon von Theben mit bewaffneten Inkolonos ein und eilte auf Oedipus zu. »Ihr seid von meinem Eintritt ins Attische Gebiet überrascht,« sprach er zu den noch immer versammelten Dorfbewohnern gewendet, »doch sorgt und zirnet nicht, ich bin nicht jung, im Übermuth gegen die stärkste Stadt Griechenlands einen Kampf zu unternehmen. Ich bin ein Greis, den seine Mitbürger nur abgesandt haben, diesen Mann hier durch gütliche Überredung zu bewegen, mit mir nach Theben zurückzukehren.« Dann kehrte er sich zu Oedipus und drückte in den ausgesuchtesten Worten eine erheuchelte Teilnahme an seinem und seiner Töchter elend aus. Aber Oedipus erhob seinen Stab und steckte ihn aus zum Zeichen, daß Creon ihm nicht näher kommen solle. »Schamlosester Betrüger,« rief er, »das fehlte noch zu meiner Pein, daß du kämest und mich gefangen mit dir fortführest. Hoffe nicht durch mich, deine Stadt vor der Züchtigung zu befreien, die ihr bevorsteht. Nicht ich werde zu euch kommen, sondern nur den Dämon der Rache werde ich euch senden, und meine beiden lieblosen Söhne sollen nur so viel vom thebanischen Boden besitzen, als sie brauchen, um sterbend darauf zu liegen.« Creon wollte nun versuchen, den blinden König mit Gewalt hinwegzuführen, aber die Bürger von Kolonos erhoben sich dagegen, stützten sich auf Theseus Wort und duldeten es nicht. Inzwischen hatten in dem Getümmel auf einen Wink ihres Herrn die Thebaner Ismene und Antigone ergriffen und von der Seite ihres Vaters weggerissen. Diese schleppten sie fort und trieben den Widerstand der Kolonäer ab. Creon aber sprach röhnend, »Deine Stäbe wenigstens habe ich dir entrissen. Versuch es jetzt, Blinder, und wandere weiter!« Und durch diesen Erfolg kühner gemacht, ging er aufs Neue auf Oedipus los und legte schon Hand an ihn, als Theseus, den die Nachricht vom bewaffneten Einfall in Kolonos zurückgerufen hatte, auftrat. Sobald dieser hörte und sah, was geschehen und noch im Werke sei, entsandte er Dina zu Fuß und zu Ross auf der Straße hin, auf der die Töchter von den Thebanern als Raub fortgeführt wurden, dem Creon aber erklärte er, ihn nicht Ehe freilassen zu wollen, als bis er dem Oedipus die Töchter zurückgegeben. »Sohn des Aegeus«, hob dieser beschämt an, »ich bin wahrlich nicht bekommen, dich und deine Stadt zu bekriegen. Wußte ich doch nicht, daß deine Mitbürger ein solcher Eifer für diesen meinen blinden Verwandten, dem ich Gutes tun wollte, befallen habe, daß sie den Vatermörder, den Gatten seiner Mutter, lieber bei sich hegen würden, als ihn in sein Vaterland zu entlassen.« Theseus befahl ihm zu schweigen, ohne Verzug mit ihm zu gehen und den Aufenthalt der Jungfrauen anzuzeigen, und in kurzem führte er die geretteten Töchter dem tiefgeritten Oedipus in die Arme. Creon und die Diener waren abgezogen.